Andhasana ist die Stellung der Unsichtbarkeit, auch genannt die Stellung der Blindheit. Sie besteht daraus, dass du dich gegenüber dem Äußeren blind machst. Felix zeigt zwei Variationen, die als Andhasana bezeichnet werden. Zum einen kommst du zum Fersensitz, von hier gibst du die Zehenspitzen auf den Boden. Dann gibst du die Ellbogen auf den Boden und gibst den Kopf neben die Ohren oder hinter den Kopf und hebst dann die Knie hoch. Du balancierst also auf Zehenspitzen und auf Knien und schaust dabei nach unten. Diese Stellung soll ausdrücken, du wirst blind gegenüber der äußeren Welt, du richtest dich nach innen. Die Stellung soll nach Hatha-Yoga klassischer Beschreibung helfen, Nachtblindheit zu überwinden und die Sehfähigkeit stärken. Eine zweite Asana, die als Andhasana bezeichnet wird, geht aus der Sitzhaltung, also du setzt dich auf das Gesäß, du gibst die Fußsohlen zusammen, du hast die Knie zusammen und du gibst die Stirn auf die Knie und du hast dabei die Hände zeigend zueinander. Du könntest das noch etwas weiterführen, du kannst auch mit den Händen um die Ellbogen fassen und so ist das, was man auch als Päckchen bezeichnet. Du bist ganz nach innen gerichtet. Diese Stellung dehnt auch die Wirbelsäule. Sie ist eine gute Übung für die Flexibilität von Hüften und Knien, ist im Grunde genommen wie die Stellung des Kindes horizontal gehalten. Diese Stellung wird auch als Kalangasana bezeichnet. Mehr zu den Texten, wo Andhasana beschrieben wird, findest du im Wiki-Artikel wiki.yoga-vidya.de sowie im Buch Encyclopedia of Traditional Asanas von Garota.